moin pyros und herzlich willkommen zu einem neuen testvideo heute testen wir von nico feuerwerk das bank pack das ist ein bäller set was ich damals vor zwei jahren glaube ich für drei euro bekommen habe da haben wir drin vier mal packet cracker einmal china bäller a dann haben wir hier china bäller d einmal zweimal die china cracker einmal china bäller b und einmal die super bäller 1 ja ich bin sehr gespannt wie das hat ist nico ist ja bei bäller eigentlich immer ziemlich gut und dann testen wir das hat jetzt mal für euch und sagen dann zum schluss ob man sich das z kaufen kann oder nicht so dann zünden wir jetzt das bank pack wir fangen an mit den matten und dann enden wir bei den größten dann sind jetzt die matten die sind gut und kommen jetzt die china cracker naja dann haben wir jetzt die abel noch gehen durch jetzt kommen die d bäller die waren gut wir haben druck jetzt die super baller 1 ja das war das bank pack und folgt wir sehen uns beim nächsten video wieder wir sehen uns beim nächsten video